Hallo zusammen, heute eine PS4, eine 1004A, hat ein HDMI Problem und ein Laufwerksproblem. Ob am HDMI jetzt ein Defekt vorliegt, kann ich mal eben mit dem Mikro schauen. Gucken wir mal eben drauf, einmal hier vorne hin, und einmal die Playzie dabei. Gucken wir mal rein, einmal scharfe Stellen, da ist der Port, da sind Pins nach hinten geschoben, Moment, einmal der, der, der und der, und von der anderen Seite wahrscheinlich genau das selbige, oder auch nicht, weiß ich nicht. Gucken wir mal, oben sind sie noch alle heile, der sieht auch schon richtig benutzt aus. Ja, so sieht das aus. Gut, ich teste jetzt einmal, ob sie startet, zeige ich in den Videos ja mittlerweile nicht mehr, und dann schauen wir mal. So, einmal Ströme, gucken wir was mit dem Laufwerk ist, auf jeden Fall. Einmal rein, einmal weg. HDMI Kabel brauchen wir nicht reinstecken. Rückgabe reagiert, Power reagiert auch. Laufwerk arbeitet schon, hört man ja, da stimmt was nicht. Gut, dann würde ich sagen, warten wir, ob es da weiß wird. Bis jetzt pulsiert sie nur blau. Also so passiert hier mal gar nichts, pulsiert nur blau. Festplatte ist drin, hoffe ich. Ja, uiuiui, da sind Viecher drin. Habt ihr das gesehen? Hier? Da krabbelt was, die werde ich so zurückschicken. Definitiv. Das werde ich jetzt abbrechen hier. Das geht überhaupt nicht. Das habe ich ja noch nie erlebt. Boah, da wird es einem ja anders. Ich zeige es noch mal eben kurz. Hier, die Krabbel noch. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da. Also, nein danke. Ich zeige es noch mal eben kurz. Hier, die Krabbel noch. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da. Also, nein danke. Einmal ausschalten. Die werde ich so, wie sie ist, zurückschicken. Das ist mir zu ekelig. So leid es mir tut. So, hochfahren tut die auch nicht. Pulsiert blau. Das ist der blue light of dead. So, ausschalten. Und arschlecken. So leid es mir tut. Ciao. So, ich werde die jetzt in die Tüte einpacken. Auf sowas habe ich keinen Bock. So leid es mir tut. Das ist nicht meine Welt. Definitiv nicht. Lebende Viecher da drin. Nein danke. Muss ich nicht haben. So. Einmal einklappen. Hoffentlich ist das auf der Kamera drauf. Die werde ich auch rausstellen. Aber das muss ich mir nicht antun. Ich packe die jetzt ein. Das ist übel. Einmal. Wünsche ich demjenigen viel Spaß mit. Und kann er sich jemand anderes für suchen. So leid es mir tut. Habe ich ja noch nie erlebt so was. Das ist lebendes Viehzeug. Wie es? cock es nicht. 料ane So, das soll sich dann reichen. Und ich bin fertig mit der Nummer. Nein, 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 muss ich mir nicht antun. Beim besten will ich, damit man das auch nirgendwo rauskriegt hier. Ich packe das jetzt in den Karton wieder ein und dann bin ich raus aus dieser Nummer hier. Da noch, einmal über Eck. So, Job erledigt. Ciao. 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 Ciao.